Hallo? Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Schein-Applaus-Prozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen.